Hallo meine lieben Renovierungswölfe, ich bin's wieder, euer Cooper, der kleine Renovierungswolf und natürlich Gaming-Wolf. Ich bin zurück mit Hausflipper, wir haben den Kindergarten beendet und wollen uns heute mal neun Aufgaben stellen. Was das sein wird, na, das werde ich euch noch nicht verraten, das werden wir sehen. Wenn euch Hausflipper gefällt, wenn euch meine Videos gefallen, unterstützt mich gerne mit einem Like auf dieses Video. Außerdem, falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr auch gerne den Kanal abonnieren. Die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen, keines meiner Projekte, keines meiner Videos. Ja, und da würde ich sagen, starten wir einfach am besten gleich rein. So, wir sind wieder zu Hause im Büro, haben ein kleines Niggerchen gemacht, sind wieder frisch und erholt. Und damit können wir doch dann gleich mal gucken, was wir als nächstes machen. Natürlich wäre es einerseits möglich, einen neuen Auftrag zu machen, allerdings haben wir auch schon gut was an Kohle eingenommen. Wodurch ich echt am überlegen bin, ob wir uns schon mal nach einem neuen Zuhause oder nach einem neuen Haus umgucken. Wir gehen mal auf Browser, was haben wir denn da feines? Ne, das ist nicht so. Das wäre ganz interessant, also vom Baustil her, vom Schnitt. Haben wir noch irgendwas anderes? Das sieht auch nicht schlecht aus. Nein, ne? Make House? Das Haus von Mutten Roshi? Haben sie auch hier drin? Geil. Okay, will ich mir vielleicht irgendwann noch holen, aber das ist jetzt nicht das Zuhause, was ich mir jetzt unbedingt für mich und meine Welpen holen wollen würde. Dann müssen wir uns doch mal noch ein bisschen genauer angucken. Hier oben wird es schon alles, oder hier unten viel mehr, wird alles schon relativ teuer. Da würde nicht mehr viel Geld überbleiben, um das Haus auch noch zu renovieren und die ersten Sachen zu machen. Ich glaube, diese Preiskategorie ist erstmal ganz gut. Die könnten wir nehmen. Wechseln zu. Ja, ich möchte einmal zu dem neuen Gebäude, was ich gekauft habe, jetzt rüber wechseln. Ähm, zack. Ja, da sind wir. So, auf der linken Seite siehst du die Miniaturen der Käufer. Sie werden immer wieder mal deine Handlungen kommentieren. Beachte besonders die Käufer an der Spitze. Je zufriedener sie sind, desto mehr werden sie zahlen. Gut, interessant, aber ich wollte das Haus hier eigentlich für mich behalten. Aber bevor das hier eigentlich... Kann ich den nicht verkaufen? Doch. Äh, bevor ich hier jetzt eigentlich noch, äh, irgendwie einziehen kann, werde ich wohl erstmal ein bisschen, äh, Arbeit da reinstecken müssen. Wir sehen, die Fassade ist auch nicht gerade die schönste. Der Gehweg ist verschmutzt. Ähm, die erste Aufgabe, die ich erledigen werde, ist, glaube ich, auch erstmal alles hier drin verkaufen, entsorgen, in Müll schmeißen. Ähm, natürlich den Müll beseitigen. Alles verkaufen, was ich verkaufen kann. Wofür ich noch Geld kriege, ist immer gut. Jeder Cent, den kann ich nachher wieder in die Renovierung stecken. Äh, die Lampe? Ja, werde ich auch mit verkaufen, die finde ich nicht schön. So, hier geht's auf. Äh, damit sind wir im Küchenbereich. Sieht nach einer Küche aus, oder? Ich bin jetzt, also im Moment denke ich, dass hier könnte mein neues Zuhause werden, allerdings könnte ich's auch vielleicht später verkaufen. Also, wir werden's mal sehen. Ich werde das ganze Ding jetzt erstmal enträumen, entkernen und auf Vordermann bringen und dann gucken wir mal, was ich daraus machen kann, ob ich damit nachher zufrieden bin, dass ich's doch lieber als mein Zuhause für mich und die Welten behalten möchte und, äh, ja, mein Büro hier drin einrichte. Oder, ob ich das dann doch irgendwem einfach weiterverkauf, ähm, das können wir dann immer noch entscheiden. So, äh, zack. Das sind alles Sachen, die kein Müll sind. Die muss ich, wenn denn denn, wenn denn denn, ja, wenn schon denn schon auch verkaufen. So, äh, das sieht aber nach Müll aus. Das sieht auch nach Müll aus. So, ich weiß zwar nicht, wer solche alten Stühle noch kauft, aber, boah, 23 Dollar Ronis? Na, ist gar nicht mal so schlecht gewesen. Wird einfach mit weggeballert, zack. Wie schon gesagt, jeder Dollar, jeder Cent, je, alles ist wichtig, können wir alles wieder neu in Baustoffe und, äh, Renovierungsmaterial verwenden. Zack, da ist noch ein bisschen Müll. Und den, zäh, da, 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 wo machen wir weiter hier drin, würde ich sagen. So, erstmal Müll beseitigen. Äh, bap. Einen schönen Garten haben wir hier auch. Auch wenn ich sagen muss, der Rasen müsste nochmal gemäht werden. Aber ich habe irgendwie noch gar keinen Rasen mehr. Kriege ich den hier irgendwann später noch? So, gut, das sind wieder Sachen zum Verkaufen. Also, so wie das ganze Gebäude aussieht, hat das irgendwann auch anscheinend mal einen Brandschaden oder so gehabt. Ist ziemlich verrustet und alles hier aus, aber, boah, gleich weg. Egal, wir bringen das alles wieder in Ordnung. Türen müssen natürlich hier auch alle rausgenommen werden. Die Türen, die kann ich nicht mehr gebrauchen. Die müssen in Ordnung gebracht werden, so. Auch die Eingangstür finde ich hässlich. Hat jetzt zwar nichts unbedingt damit zu tun. Ja, Lichtschalter nehmen wir auch raus. Da will ich auch andere haben. Das soll nachher alles einheitlich werden. Ich habe ja gesagt, ich entkerne quasi das ganze Gebäude. Ne, die Fenster lasse ich. Ich glaube, die kann ich tatsächlich noch irgendwie aufwerten und renovieren. Wenn nicht, kann ich sie später immer noch rausnehmen, wenn ich wieder Türen drin habe. Äh, ja. So, ich glaube, jetzt habe ich das Gebäude erstmal entkernt. Äh, ich habe das Gebäude entkernt. Aber ich komme nicht mehr raus. Ähm, okay. Ich muss hier erstmal ein Loch wieder rein. Ich frage mich eigentlich, wenn ich... Jetzt verstehe ich jetzt nicht so ganz. Wenn ich eine Tür verkaufe, wieso baut sich damit einmal eine Mauer auf? Ist schon ein bisschen merkwürdig, oder? Hm. Jetzt kann ich das Gebäude nicht mal mehr verlassen. So ist das dunkle Tür Nummer 11. Julia. Ähm, nee. Die Frage ist jetzt, kann ich da einfach jede Tür reinsetzen, die ich möchte? Oder muss es eine spezielle Außentür sein? Das sieht eher aus wie so eine Wohnungstür. Das ist die Tür Julia 12. Die sieht auch nicht so aus, als wenn sie da richtig reinpasst. Das sieht ein bisschen merkwürdig aus, oder? Leute? Was sagt ihr? Ja, ich versuch's mal. Ich kann ja die Tür immer noch wechseln, wenn ich erstmal wieder draußen bin. Oh. Boom. Ein Schlag weg. Ich guck mir das Ganze mal von außen an. Okay, das sieht irgendwie falschrum aus, wenn überhaupt. Weil, wieso sollte die Versiegelung von außen sein? Und schon ist die Wand wieder da. Seht ihr? Das ist komplett... Also, das ist Blödsinn. Wenn ich da eine Tür drin... Nee, nee, nee. Nicht mit Weihnachtskranz. Ähm. Die Tür vielleicht? Oder nehme ich so eine Doppeltür? Nee, so eine Doppeltür ist zu viel. Aber hier ist bestimmt der Weihnachtskranz dran, wenn ich das mache. Gibt es ein... Eingangstür. Okay. Dann gehen wir mal bei Eingangstür. Gibt es wirklich nur das als Eingangstür? Ich will keine braune Tür. Das finde ich hässlich. Ich hätte entweder gerne eine weiße Tür oder eine schwarze. Ja, das sind aber keine Eingangstüren. Das ist... Außerdem, Glas als Eingangstür wäre echt nicht gerade praktisch. Das kann man ganz leicht aufschlagen und kaputt machen. Aber hier gibt es auch noch andere Eingangstüren. Wieso gibt der mir nur die eine als Auswahl, wenn ich Eingangstüren als Suchkriterium eingebe? War jetzt ein bisschen merkwürdig, ne? So, okay. Wir haben jetzt die Tür da eingebaut. Sieht soweit schon mal ganz schick aus. So, was kann ich denn sonst hier noch tun? Ah ja, genau. Ich kann hinten auch noch mal so eine Tür, weil da sollte auch definitiv nicht irgendeine Glastür oder so sein. Zack. Und bumm. Und benutzen. Zack, fertig. So, jetzt komme ich schon wieder rein und raus ins Haus. Das ist doch schon mal was. Ähm, warum das aber ausgerechnet nur bei den Dingern so ist. So Fenster putzen könnte ich schon mal. Aber ich könnte vielleicht auch erst mal... Ach nee, kann ich das überhaupt schon? Den Dreck vom Weg weg machen oder die Wände von außen? Ne, wir können ja erst mal hier putzen. So, zack. Wir haben, wie ihr ja seht, jede Menge Schmutz hier überall von außen. So. Haben wir hier noch ein bisschen was? Dass man das einfach so wegwischen kann, wusste ich gar nicht. So, denn... Ich glaube, die anderen Sachen sind... Ne, doch, war das voll außen. Ich dachte, das war von innen. Aber zack. Zack. So, einmal putze, putze, sauber mache. Wenn das alles sauber ist, dann kann ich auch vernünftig renovieren. So, hier ist auch noch ein bisschen Schmutz. Bäm, alles weg. So. Ich putze noch mal den Rasen nebenbei, ne? Der sah so ein bisschen grün aus. Ach nee, sehe ich jetzt immer noch. Ne, gut, okay. Rasen putzen ist vielleicht nicht die klugste Idee. Ähm, okay. Dann kann ich jetzt auch anfangen zu streichen? Das wollen wir doch mal testen. Hä? Wieso streiche ich jetzt schon wieder durch die Wand durch? Ach so, jetzt kann ich richtig streichen. Äh, äh, okay, äh, äh, äh? Nein. Also wirklich. Ähm, okay. Das Problem ist, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Von innen oder von außen? Wieso immer durch die Wand durch? Ach so, ich sollte erst mal Farbe holen, ne? Äh. Aber eigentlich glaube ich, ich putze erst mal fertig, ne? Ich beseitige erst mal alles an Schmutz und so. Und dann kann ich lieber, äh, mit den Renovierungsarbeiten später beginnen, wenn ich es hier sauber habe. Ich wusste zwar nicht, dass man mit dem Wischer Kies und so, äh, Kiesverschmutzung und so einen Schuttdreck wegkriegt. Aber, okay, habe ich was dazu gelernt oder auch nicht? Nein, natürlich geht das nicht. Das geht natürlich nur hier im Spiel. Aber ich würde sagen, wir sind jetzt mit Reinigungsarbeiten fertig. Wir haben Gebäude gekauft. Da machen wir jetzt hier auch erstmal einen kleinen Cut. Wir werden denn jetzt das Gebäude so nebenbei renovieren. Dann werden wir zwischendurch auch wieder Aufträge nehmen. Denn, ich habe ja gesagt, ich brauche ein neues Zuhause für mich und meine Welt. Und das eine ist mir zu klein. Und jetzt geht es los, dass wir endlich dahin starten. In ein besseres Zuhause. Endlich komme ich in ein besseres Leben wieder. Ja! Gut, okay, wenn euch dieser Part wieder gefallen hat, dann lasst ihm doch schon mal eine positive Bewertung da. Das würde mich sehr freuen, wenn ihr neu auf diesem Kanal seid und es noch nicht getan habt, aber kein Video mehr verpassen wollt. Dann lasst gerne noch ein Abo da. Aktiviert auch die Glocke, um immer informiert zu werden, wenn neue Videos kommen. Und, ja, ich wünsche euch noch was. Später kommt noch mal Assassin's Creed. Also, bis dahin. Au! Bye, bye! Bye, bye!